Es war auch cool, dass wir gelernt haben, wie man mit dem Plastik umgehen soll. Es gibt Dinge, wo Plastik drin ist, und dass es so viele Wege gibt, fürs Plastik ins Meer zu kommen. Dass so viele kleine Tiere auch noch im Wasser sind, und so viele kleine Tiere, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich fand das irgendwie merkwürdig, dass Muscheln auf einmal ihre Beine aus diesem Muschelhaus rausbekommen haben, obwohl die Muschel eigentlich die ganze Zeit zu ist. Die schlucken den Müll einfach runter, und wenn wir Muscheln essen, kriegen wir das Plastik mit in den Körper. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Thema ist sehr wichtig, gerade Plastikvermeidung, das betrifft uns alle, wird auch unsere Kinder und Kindeskinder wahrscheinlich noch betreffen. Das Gefährliche an Plastik ist, dass die Tiere sich verschlucken können und dass die auch sterben können und dass das Meer dann auch verschmutzt wird und alle Tiere absterben. Und ja. Hier ist deine Geschichte, wir beginnen, die Welt ist fein, komm an, dive in. Die Zukunft ist hier, ist right before your eyes. Du könntest größer als Leben, größer als der Welt, living out the hopes and dreams of every boy name. Du könntest größer als Leben, größer als der Welt, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. Und du könntest größer als Leben durch die Welt, living out the hopes and dreams of every boy und FIRST brauchen, stärker als Kids of every boy, oder ponto als die komt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017